Mein Name ist Matthias Weber und ich bin Business Development Manager für Beleuchtungssteuerung bei SITECO. In diesem Film geht es um die Beleuchtungssteuerung mit dem Smart Interface. In der Beleuchtungssteuerung im Außenbereich erleben wir gerade eine kleine Revolution. Wohingegen früher Beleuchtungssteuerungen aufwendig in die Gehäuse der Leuchten eingebaut wurden, werden Sie jetzt außen montiert über eine standardisierte Schnittstelle. Ich führe Ihnen das mal eben gerade vor. Sie öffnen das Gehäuse mit dem Schraubverschluss und montieren die Beleuchtungssteuerung Ihrer Wahl einfach selbstständig. Das Gleiche geht beispielsweise mit einem Bewegungsmelder am unteren Ende des Gehäuses. Für Sie als Kunde entstehen dadurch diverse Vorteile. Durch die standardisierte Schnittstelle nach dem Zagerbuch 18 und die 4i besteht eine Kompatibilität zu den verfügbaren Steuerungen am Markt. Und das sichert Ihnen eine sehr große Austauschbarkeit. Sie können dadurch die Investition in die Leuchte zeitlich trennen von der Investition in die Steuerung. Natürlich erlaubt das Konzept Ihnen auch, dass Sie die Steuerung vor dem Gebrauch einmal anschließen und testen und nach Bedarf hinterher wieder tauschen. Wir von SITECO, wir bieten Ihnen für das Smart Interface ein ganzes Portfolio an Steuerungen an. Und das nennt sich SITECO Connect. Dadurch erhalten Sie bei SITECO alles aus einer Hand. Dies war ein kleiner Film über das Smart Interface an den Außenleuchten von SITECO. Das ist die Weathermöe. Das ist die Überläuung. Das ist die Überläuung. Das ist die Überläuung. Zum Schrauung. Durch das. Das ist die Überläuung. Vielen Dank.